Was geht ab, liebe Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, hier wieder auf meinem Kanal und heute sind wir in Europa-Park, liebe Freunde, denn hier findet die C.O.S. Deutsche Meisterschaft in Skateboarding statt. OG Puff ist da und ich lasse mir das Ganze natürlich nicht lumpen, ich habe mir da was ganz 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 besonderes ausgedacht und zwar wisst ihr es schon Leute, ich habe ja meine eigenen Boards, das sollte eigentlich mittlerweile schon fast jeder mitbekommen haben und ich dachte mir, warte mal, warte mal, da sind noch bestimmt viele Skater, die auch vielleicht noch gar keine Sponsoren haben oder irgendwie durch den Contest vielleicht ihr Board einfach schon kaputt gegangen ist, Ich nehme einfach gerade von mir zu Hause zwei Bretter, du noch von deinem Shop, also auch meine Ruthless-Fam, nimm einfach nur mal so zwei, drei Stück mit, ich mache daraus eine kleine Challenge für die Leute da draußen und zwar gehe ich hin, schaue mir natürlich an, wie der Skater, was er drauf hat, gehe hin und sage zu denen so, hey, wenn du jetzt den und den Trick für's Try mit einem ersten Versuch schaffst, bekommst du ein nagelneues Brett, inklusive Script-Tape, was hier natürlich schon drauf ist, ich hatte leider keine Zeit, das andere drauf zu machen, ich denke mal, trotzdem wird sich derjenige freuen, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns gleich drin in 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Okay, wenn du den ersten Schritt schaffst, dann kommst du an Bord. Korrekt ist korrekt, wir lassen noch ein. Drei Versuche, Drei Versuche, korrekt ist korrekt. Da müssen wir auch mal knallhart sein. Drei Versuche war korrekt. Wir müssen den nächsten aussuchen. Der nächste, der muss ein Bord kriegen. Wir müssen ein paar Bords raushauen. Also, wir haben hier auch mal einen, der nicht gestanden hat. Jetzt kommt der nächste. Here we go, Jess. Jess ist auch super bekannt, man kennt ihn. Er ist gesponsored sogar. Er ist sogar bekannt in der Szene. Swiss-Sixi-Flips. Nein, nein, nein. Er kann den. Ich weiss auch. Fake it free. Fake it free. Ich kann keine Tricks. Du musst versuchen es jetzt. Wir haben ihm gesagt, mach zu Sixty-Flips. Er sagt nein, ich mach impossible. Was ist das? Bruder, wisst ihr was? Korrekt ist korrekt. Wir geben den Bord. Für Sixty-Flips. Wir geben den Bord. Für Sixty-Flips. Für Sixty-Flips. Ganz ein Mega. Was geht hier eigentlich ab? Der macht einen Z-Flips. Ich muss nicht. Keiner von euch beiden sogar. Für Sixty-Flips. Für Sixty-Flips. Keine Takt. Drehflip. Wer als erster Drehflip steht, wer als erster schafft. Einer muss nicht stehen. Aber vielleicht können es beide gleichzeitig. Dann geht's weiter. Genau, bis dahinter. Also Drehflip. Drehflip schafft. Nicht so, so. Okay, 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 ist das spannend. Das ist wirklich spannend. Also, Bord. Bord für den Gewinner. Für den ersten, den Babyshop. Motivation, Leute, Motivation. Da ist ein Bord. Wir wollen Bord hier. Was könnte denn, was er nicht funktioniert? Jedes Mal schauen. Fakie, backs and heel. Fakie, backs and heel ist der Trick, auf dem der Kleinen eben nicht geschafft hat. Ja, halt so. Fakie, kontakt oder? Okay, warte, dann machen wir es so. Genau. Einmal Kopf, down, heel. Ja. Und du was? T-Shop. T-Shop? Ja. Aber du schaffst in jedes Mal, oder? Ich bin ganz schön. Wir sind ganz schön. Los geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben hier den glücklichen Gewinner von dem Ruferschef, Mann. Wir haben geschöpftes Mitmachen hier. So sehen die Wetter aus. Ich bin sehr gespannt. Noch einen, korrekt ist korrekt, ihr wisst. Man muss auch korrekt machen, immer einen Versuch mehr. Komm, einen Bruder. Wir haben allen gegeben. Wir geben dir jetzt noch einen. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, vier Versuche. Meine Herzen berufen jetzt zwar, er ist nicht so jung, aber ich habe kein Zeitpunkt von mir früher. Du weißt doch, wie es einfach war, weißt du. Aber wir müssen leider, glaube ich, wirklich jemand anderem die Chance noch geben. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Geil, aber geil mitgemacht. Dabei sein ist alles. Das Wichtigste ist, zu versuchen im Leben. Dabei zu sein, zu versuchen. Sonst ist es verloren. Wenn du... Dann boNest du versuchen. Das erste Versuch. Diefen包st du mir mit lumpen? Bacer. Der nächste Versuch. Pick einmal. Wir müssen wir jetzt. Denn das Problem hat jetzt geklappt. Wir müssen aber auf Vodermaß. Das ist überhaupt eine Spring. Warte, ich gebe dir noch ein, willst du noch mal ein? Da war krank, krass! Scheiße! Oh mein Gott! Das ist korrekt, zwei Versuche, wir sind korrekt! Korrekt ist korrekt, zwei Versuche! Wenn du dich fährst, weiß Bescheid, ey! Besser als Acht! Gerne, Mann! Geiles Teil! Wenn wir den News sind, so ist Price-Hawkett! Da kommt sie schon! Geiles Teil! Wenn du den News sind, bloß Zeugs-Hawkett! Kommt hier! Geiles Teil! Geiles Teil! Geiles Teil! Geiles Teil! Okay, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal den Nächsten aussuchen. Besser! Ist das Geruch? Nein! Guck dir mal her! Die gleiche! Erich! Erich! Okay, ich habe eins genannt. In der Skate-Mercedes, sobald man Erich heißt, hat man Zimmer drauf! Yeah! 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 Hier, OG-Style, Motherfucker! Hier, holt die Support! Moment! Geiles Teil! Verliert keinen Tag! Was mir auch wirklich gefallen hat... Was dir gefallen hat, was schnell gemacht? Der ist schnell gemacht! Der ist schnell gemacht! Der ist schnell gemacht! Der ist schnell gemacht! Ich kann noch was vor mir! So, Leute! Wir haben die Bordsch weggekommen! Ich denke mal, wir haben ein paar Leute glücklich gemacht! Das waren sehr, sehr nice Tricks, hohe Tricks, gute Tricks, die nicht so einfach sind. Ich bin sehr überrascht, die Kids, die Älteren, alle haben uns gebettelt. Älteren haben wir den Trick mit der Kick, der der Junge, der hat mich komplett weggehauen. Das war krass, dass er zuerst einen anderen Trick machen wollte. Wir haben Treffen, Cross-Try gemacht. Wir hatten ein bisschen Spaß, wir haben ein bisschen die Leute glücklich gemacht. Abonniert den Kanal auf jeden Fall, supportet Skateboarding, supportet Ski, holt euch die Boards. Ciao, holt euch die Boards, fangen dann auch zu skaten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Uli hat angefangen, here we go, Oli warten noch, Vollschein hoch, das werden wir alles sehen. Wir wünschen Wengiboy gute Besserung, weil er hat sich auch mal den Fuß weggebeißen, also gute Besserung, Hashtag auf jeden Fall. Dankeschön, wir sehen uns wieder und eine volle Brüsse, ciao, ciao.